moin freunde willkommen auf dem kanal it's time for it challenge heute mit einer unserer ersten videos die 60 eier challenge heute zu besuch bei uns dennis ein guter kollege er versucht die erste challenge mitzumachen ich würde sagen auf geht's jo hallo ich bin natürlich versuch mal 60 eier zu essen mal gucken ob das funktioniert ja dann probieren wir das mal ich nenne mal ein bisschen salz ja 60 eier meine fresse mal gucken ob das funktioniert ich bin auch gespannt stop wo geht los wenn du bescheid sagst ok ich sage ein bisschen salz drauf ich denke mal so ich fange mal hier drüber und dann noch ein bisschen mal gucken so dann gucken wir mal so dann wollen wir mal gleich mal was schön was essen bereit dann würde ich sagen auf geht's mit stoffuhr gucken wie lange dennis dafür braucht wenn er das schafft und ob ich das überhaupt schafft der reihe fällt fast auseinander war auch eine mühe die zu kochen und zu schälen das stimmt ja das stimmt ja das stoppt gut boah mhm ich bin mal echt gespannt wie weit du kommst es sind ja noch paul kann ich da und da du alles schaffst oder wie weit du vorliegst und stoppt ein wo 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 da so ich glaube du bist bei drei sonst sobald du hast das trinken steht natürlich auch da Ja, das hätte ich nicht gestopft, das hätte ich nicht gedacht, meine Frühe. Ich hätte mich voll selber schmassen. Ich bin echt gespannt, wie weit du kommst. Ich bin echt gespannt, wie weit du kommst. Ja, das stofft gut. Ähm, das glaube ich. Boah. Ja. 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 Ja, Mann. Also hätte ich echt nicht gedacht, meine Frisse. Ja. 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 Ja.